Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz anlässlich der Partie Kassel-Kassel gegen ESV Elfersberg in Stand 1 zu 4 bei 2342 Zuschauern. Grüße alle Medienvertreter und die beiden Trainer. Und wie immer hat der Gast das erste Wort. Bitteschön. Ja, also nach zehn schwierigen Anfangsminuten haben wir dann die Partie besser in den Griff bekommen. Für uns war ganz, ganz wichtig, dass wir den Ausgleich nach dem frühen Rückstand relativ schnell erzielt haben. Und dann haben wir eine gute erste Halbzeit gespielt. Ich finde fußballerisch vernünftig und auch was das Abwehrverhalten anbetrifft. In der zweiten Halbzeit war es dann nicht mehr so prickelnd, was wir auf den Platz gebracht haben. Dann muss man einfach, wenn auch das 4-1 relativ zügig fällt, souveräner spielen. Aber jetzt wollen wir nicht groß meckern. Wir haben den Kassel in den Rückstand gedreht, haben 4-1 gewonnen. Was die Kasseler in der Lage sind zu Hause zu spielen, haben sie jetzt in der jüngsten Vergangenheit gezeigt. Und deswegen fahren wir heute wirklich, jetzt nicht rundum glücklich, aber zumindest erst mal zufrieden nach Hause. Haben jetzt aus den letzten fünf Spielen 13 Punkte geholt. Auch das ist in dieser Liga nicht ganz so einfach, auch für uns nicht. Und vielleicht noch mal ein Wort, was mir so aufgefallen ist heute, so neben dem Fußballerischen, waren ganz einfach erst mal, auch wenn das nicht so viele waren, unsere Fans, dass sie diesen langen Weg auf sich nehmen und dann sich vernünftig verhalten und die Mannschaft unterstützen im Rahmen ihrer Möglichkeiten, im Rahmen der Anzahl der Spieler. Dann fand ich die Atmosphäre der Kasseler Fans nach dem relativ schnellen, klaren Rückstand, wie sie die Mannschaft unterstützt haben, glaube ich, ist auch nicht so selbstverständlich. Und das wollte ich nur mal erwähnen, weil das macht dann auch Freude, wenn man als Gästetrainer dann so ein Publikum erlebt, wie es die Kasseler heute gezeigt haben. Und trotzdem auch nochmal an die Fans, die von uns da waren, herzlichen Dank, dass sie den weiten Weg auf sich genommen haben. Weil auch das ist nicht selbstverständlich. Danke. Ja, vielen Dank. Tobi, deine Einschätzung zum Spiel, bitte. Ja, wir sind relativ schnell positiv in das Spiel reingekommen mit dem 1-0. Komischerweise oder dann im Nachgang zu analysieren durch eine Standardsituation. Und die Standardsituationen haben natürlich heute sicherlich einen großen Anteil an dem Sieg der SV Elversberg. Wenn man die Standards so verteidigt, dann ist es eben nicht Regionalliga-tauglich. Das muss man ganz deutlich so sagen. Das habe ich auch noch nie jetzt in der Zeit, wo ich Cheftrainer war, habe ich das erlebt, dass wir so unglaublich handlungslangsam in den Räumen drin waren. Und dann hat natürlich Elversberg die Qualität, also wir haben das gestern angesprochen, und das ist dann wieder so das Spiegelbild von dem Saarbrücken-Spiel, dass wir eine Gegneranalyse machen. Und auch diese Dinge vorher in Person von Tobias Damm auch im Bild zeigen und immer wieder darauf hinweisen. Ich kenne jetzt den Kollegen Meg schon seit vier Jahren. Ich weiß genau, wie der läuft. Das haben wir die letzten vier Jahre besprochen. Und heute haben wir eben auch dann diese Qualität gegen den Ball vermissen lassen. Und dann entscheiden eben diese Standardsituation so ein Spiel, beziehungsweise geht es dann eben in die falsche Richtung von uns ausgesehen. Ich muss dem Gegner ein großes Lob aussprechen. Gerade nach dem 1-0 haben sie ihren Stiefel durchgespielt, ohne hektisch zu werden, ohne nervös zu werden. Das hat auch eine gewisse Qualität, das muss man definitiv mal sagen. Und dass die SV Elversberg auch unter die ersten vier gehört von der Qualität her, das ist uns allen bewusst. Für mich ist es jetzt entscheidend, dass wir nicht nervös werden. Wir haben jetzt heute mal eine Klatsche gekriegt, was sicherlich sehr wehtut, weil wir auch unsere Heimstärke eigentlich beweisen wollten an diesem Samstag. Jetzt kann man sagen, vielleicht hat uns das freie Wochenende nicht gut getan. Aus dem Rhythmus raus gibt es alles. Das ist nochmal so. Wir haben heute ein Spiel klar verloren. Da heißt es, Fehler aufzuarbeiten. Da heißt es trotzdem weiter mutig, diese Situation anzunehmen. Denn ich habe ja immer schon hier gesessen, auch nach den Siegen der letzten Wochen, habe gesagt, wir müssen alle am Boden bleiben. Ich war nie überschwänglich bei den Siegen. Und deswegen werde ich auch jetzt nicht tief traurig die nächste Woche angehen. Wir haben die Qualität, das hat mein Trainerkollegen gerade gesagt, wir haben die Qualität, auch Spiele zu gewinnen. Aber man verliert auch mal Spiele. Das ist nun mal so. Ich sage immer so gerne, mal gewinnt man, mal verliert man, mal spielzuunentschieden. Heute haben wir verloren. Eine klare Angelegenheit, weil die Qualität bei den Standards einfach des Gegners unglaublich gut war. Und wir eben schlecht verteidigt haben. Und jetzt geht es in die nächste Woche rein. Und ich werde den Teufel tun, jetzt alles in Frage zu stellen. Das sollte das Umfeld auch nicht machen. Und da auch nochmal ein Wort zu vielen Dank für die netten Worte bezüglich unserer Fans. Also das ist schon phänomenal. Das habe ich in dem Rahmen noch nicht so erlebt. Und dass man auch bei einer Klatsche, die man dann bekommt und wo das Spiel auch schnell entschieden ist, dass dann eben auch vom Publikum immer weiter positive Signale gesendet werden. Und das finde ich bemerkenswert. Da bedanke ich mich recht herzlich bei allen, die auf der Haupttribüne sitzen und auch natürlich in der Kurve. Und dann werden wir weiterhin diese Aufgabe mit sehr, sehr viel Respekt, aber auch mit sehr, sehr viel Mut weiter angehen. Vielen Dank. Ja, danke schön, Tobi Kramer. Gibt es Fragen von den Medienvertretern? Sieht nicht so aus. Sehr gut. Wir sehen uns wieder hier im Auge-Stadion am 3.10. Das ist das Spiel gegen den SC Freiburg 2. Und wir haben ein schönes Rest-Wochenende. Den Gästen eine gute Heimpreise. Danke, bis bald. Tschüss. Das ist das Spiel gegen den Stadion am 3.10. Das ist das Spiel gegen den Stadion am 3.11.